ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit meinem Freund wieder zusammen Hi Mit der Victoria Stormland Es wird bald eine Erneuerung geben Und zwar werden wir bald wegziehen am 1. August Nicht wegziehen, umziehen Wegziehen klingt so, als würden wir in die USA ziehen Ja, wegziehen Okay, auf jeden Fall werden wir umziehen Am 1. August Und ich kann das Postfach hier natürlich nicht mehr behalten Deswegen wird es ab Ende Juli Wäre es gut, wenn ihr dann nicht mehr hinschreibt Weil ich das dann ja nicht mehr bekommen kann Ähm, jetzt gehört ja dann nicht mehr mir das Postfach Und ich werde euch dann auf jeden Fall noch, wenn ich es weiß, dann die neue Adresse unten reinschreiben Und wie gesagt, die alte Adresse ab Ende Juli ist nicht mehr aktuell dran So, okay Haben wir das auch abgefrühstückt? So Los geht's So So Wo stehst du gerade? Keine Ahnung Ist das alles so langsamer als vorher? Nein, ich habe auch die Maus umgeschrieben Achso, jetzt sehe ich wieder alles Okay, hallo, hi So Ist das so langsamer alles? Warum ist das so langsamer? Ja, die Steuerung ist anders Du brauchst jetzt die Maus gar nicht mehr anzupacken Achso, okay Weil der, der stellt jetzt seinen Blickwinkel selber ein so ein bisschen Achso So Dann gehen wir jetzt Erstmal pflegen wir das Pferd, ne? Hast du dann auch genug Zeug dafür im Inventar? Keine Ahnung Wo sehe ich denn das? Hier, ne? Nein Hier Nein Kannst du einfach hier drücken Kann ich doch Da Ja, siehste, gut Einmal absteigen bitte Absitzen Absitzen Zack Voll der Ranzoomer Mhm Die guckt mich an Hast du gesehen? Die guckt mich an Die guckt dich an Das gibt Oh, meine Bubble ist rüber Was? Wo? Hör mal Ich höre nichts Ich habe Kopfhörer auf Achso Hör mal Ja Ja So, guck mal ran So Das Pferdchen ist ein bisschen traurig Ein bisschen ist ein bisschen viel Ein bisschen dezent ausgemacht Es ist sehr traurig Es weint Es weint Es wird schon besser hier Tadam Space Tornado Tägliche Fede Fair Fehl, ja Fede Einfach mal den Mund halten hier Hehehe So Aufsitzen Genau Und zack Wieso Ein bisschen da bist du Justin dahinten Genau Zu Justine Justin Ich gehe jetzt justieren Bei Justin Ha, versteht ihr? Ja So Ich weiß nicht, wie ich diesen alten Narren dazu bringen könnte, seine Meinung zu ändern Ich weiß, dass meine Mama, meinen Papa Thomas wirklich sehr geliebt hat Was passiert ist, war eine schreckliche Tragödie Ich habe diese Briefe von meiner Mama und meinem Papa, die sie aneinander geschrieben haben, bevor sie heirateten Heirateten Sie beweisen, dass es wahre Liebe war Ich habe darüber nachgedacht, sie Opa Jasper zu zeigen Mich aber nie getraut Vielleicht würde er erkennen, dass Catherine und Ich will mal die englischen Namen sagen Hast du doch Catherine und Thomas einander wirklich geliebt haben, wenn er sie sieht Vielleicht kannst du sie ihm zeigen Vielleicht kannst du ihm zeigen? So Nein Sie Die Briefe Ja Es Seht ihr das? Hm He Nimm diese Briefe und zeig sie Jasper Sie müssten doch irgendeinen Eindruck auf ihn machen Ende Ja Vielleicht Wo ist der Vielleicht-Button? Gibt's nicht Wo ist denn? Ja oder nein Da ist der Punkt Der grüne Wie in der Ampelanlage hier Genau Gib Gas Und rechts Rechts Achso Das andere rechts Nein Nein Ich kann nicht springen Ja Ich bin ja kein Sternreiter Ja Sternreiter Ich häng fest man Im Heuknoten Im Heuhaufen Sag ich ja Knoten Punkt Knotenhausen Da könnte ihre Werbung stehen Genau Da könnte ihre Werbung stehen Genau Wo muss ich sagen? Ach Reds Genau Aber da kannst du noch nicht hin Ein Championat Ein Championat Oh du kannst auch mal ein Championat reiten Oh jetzt fängt es an Jetzt fängt es an Leute Ja Oh das war Silverglade Wann war das? Keine Ahnung Das sieht wirklich alt aus Ja Ist ja auch alt Ich erkenne diese Handschrift Ist das wahr? Hat das wirklich meine Tochter geschehen? Ich weiß es nicht Oh mit einem Kuss besiegelt Wie auch immer Jasper will mit mir reden Wenn ich diese Briefe von meiner geliebten Tochter lese Weint mein Herz Ich war all die Jahre solch ein stolzer Narr Und das hat mich meinen Enkel gekostet Du weißt gar nichts John Schnee Schluchz Ich habe die Besitzurkunde und natürlich werde ich sie Thomas Moreland geben Punkt Dieser Mistkerl Herr Campbell ist eine Schande für die Insel Hier ist mein Schlüssel für das Schließfach Schande 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 Du findest die Die steht Besitzurkunde darin Äh ja Hol sie und bringe mir den Schlüssel zurück Bevor du Thomas Moreland irgendetwas sagst Aber jetzt kannst du über mein Land reiten Wann immer du willst Du gelangst nach Fort Pinter Indem du der Straße folgst Das Schließfach findest du beim Notar im Hauptgebäude in Fort Pinter Vielleicht Dingeling 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 So was mach ich jetzt So Vor Pinter Genau jetzt musst du nach vor Pinter reiten Ohhhh Kann ich das markieren? Nein Super ey Später wird dir auch gar nicht mehr angezeigt wie du musst Ich hab aber kein Navi hier Doch da oben Map Hier ähm Straßenkarte Da oben Map Map die Karte Und? Du hast gesagt da oben Wir spulen das Band jetzt zurück und dann Weißt du Bescheid Brrrr Genau Da unten auf der Map Schande Schande Dingding Viele verstehen jetzt wahrscheinlich gar nicht Was wir damit meinen Ja Ist auch besser so Der Film ist nicht für Kinder unter 16 Jahren geeignet Ach so Teilweise auch 16 Also komm die vorletzte Folge die war ja echt Die letzte Staffel war heftig Ja weil besonders die vorletzte Folge die war ja übel So vor Pinter Genau Juhu Guck mal die hat rote Haare Ja und die hat Die hat Orangene Wie auch immer Ich hab auch rote Haare Kann ich hier runter fallen? Äh ja Okay Also fallen wir nicht runter Also Ach komm mal da oben Lass von Pinter Was? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja da ist schon richtig 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 Woppa leck Woppa Stopp 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 Nein da nicht Wieso Tori? Sammy? Was denn jetzt? Da kannst du Spirit suchen Wo musst du denn hin? Nach da nach da Durch die Blumen? Da da was klingt Da glitzerts Da da glitzerts Da ist der Notar Wenn wir uns den Bankfachschlüsseln Achso Bitteschön In your face Wieso geht das nicht hier In dein Gesicht? Es muss grün sein Achso es muss grün sein Grün Arbeiten Wir tun arbeiten Ja Na vor Pinter Haben wir So Oh hier Oh Ja du musst jetzt wieder zu Entweder zu Thomas Ich glaub zu Thomas Oder zu Jasper Ne ich glaub zu Thomas Thomas Moreland Thomas Moreland Er hat einen Scheuer und einen Lippie Gaul Lippie Ja Oh mein Gott Emily Ein Monster aus der App Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist voll süß Dass du das dachtest Dass man das wirklich so macht Ja das Hallo Guck dir alte Westernfilme an Ja Westernfilme sind ja auch doof Ne eben nicht Doch Ne Oh Wo wurde er jetzt auch lang gekonnt? Ich komme vom rechten Weg ab Oh oh Schande Schande Wir haben keine Klingel hier Doch Ne Oh Hier ist immerhin ein grüner Ach da ist der grüne Punkt Okay reicht jetzt Schande 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 Hops Schande Off Untertitelung des ZDF, 2020